Ich gehöre nämlich zu dem Stil hier, den ich in Zukunft tragen möchte. Ich möchte nämlich mich nicht mehr als Mensch outen müssen und zeigen müssen und sagen müssen. Ich möchte mich ein bisschen als... Nicht als was Besseres, ich sehe mich nicht als was Besseres, im Gegenteil. Aber ich möchte halt... Ich möchte mich halt als jemand zeigen... Wie erkläre ich das? Also ich möchte mich halt als jemand zeigen, der entspannter ist. Weil eigentlich bin ich...